und habe noch nichts gescheites gefunden oder gemacht tut mir leid dafür aber irgendwie ist es nicht allen ist es irgendwie nicht mein vorstellungen entsprechend ist es scheint sehr schwierig sei zu sein eine schlucht finden das sieht auch cool aus aber wir gucken schon wieder ein dschungel biome das gibt es doch gar nicht total unrealistisch einfach total ist verwirkt es in der gegend rumrennen mache ich gerade so jetzt gehe ich hier mal über und dann sehe ich hier noch anderes land anderes gebiet mal gucken vielleicht ist da ja auch was oder ist es einfach nur so kleines inselchen jetzt baut sich das auf das sieht cool aus coole sache schon wie ein dschungel biome gar nicht mal schlecht was ist das ja jetzt gehe ich erst mal hier den werke klimmen da gleich die schafgruppe die sagt halt stopp wie geht es nicht weiter ach sieht aber geil aus muss ich echt sagen wow da wollte ich gerade ob wir gesehen da wollte ich gerade runterspringen du bist hier der vortester ok zieht nur ein bisschen zieht nur ein bisschen zieht nur ein bisschen und zieht nur ein bisschen überlebt like a bird oh jetzt dachte ich da wäre schon wieder eine schlucht oder so nein gar nicht weil zu schön ist renne ich jetzt einfach in das da scheiß doch drauf vielleicht finden wir hier was schönes und was finden wir hier so ein creeper finden war hallo wisse creeper was geht der macht ja gar keine geräusche falsch gedacht er hat doch übertriebene höhle direkt wieder bist du schwarz und schwarzer hund so alles ein wenig verbagt oder so die 1.4.2 muss erstmal ordentlich laufen zwar das ich weiß nicht was ich weiß nicht was das ist aber interessiert mich auch nicht das sieht auch cool aus und toll sagte ich da kann man voll cool rein und so ist nix na super bin ich jetzt umsonst hier den ganzen kack da gelaufen irgendwann müssen wir noch mal nach hause kommen das ist ja noch das schlimmste daran dann laufe ich den ganzen blöden weg wieder zurück laufe mein freund das ist echt wirklich gar nichts aber es sieht ja alles voll cool irgendwie aus ach toll wo wir gespawnt sind das natürlich werden wir nicht das kacke war ja eh klar wasser es wird zeit eine wüste zu finden yeah wow das sieht aus wie ein flugschiff jetzt nicht mehr perfekt ins wasser gedammt das sieht hier richtig geil aus übertrieben ey warum haben wir hier so übelste berge guckt euch das mal an hier kann man schon so das sieht einfach an so kino mode auf und wir die hat an kommen das muss doch jetzt mal eine wüste sein ich möchte einfach nur wüste finden und in der wüste muss ein npc durch sein mehr will ich doch gar nicht finden werde ich sowieso nieder aber einfach aus prinzip oder eine schlucht das würde mir aufgefallen ultimative wüste zu ende so viel pech kann man haben das ist übertrieben hätten ich bin schon an 300 schluchten und etc etc vorbei gelaufen mit sicherheit also an einer auf auf jeden fall das habe ich schon gesehen für solche schluchten hilft mir doch wo soll ich hin so 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 Seht ihr das? Seht ihr das? NPC-Dorf! Ich hab's geschafft! Ich hab's noch endlich! Endlich! Ich hab's geschafft! Ich habe es geschafft! Ein NPC! Ist auch gerade gehört. Ich habe ein NPC-Dorf gefunden. Mit einer Pyramide. Und das nicht in einer Wüste. Krass. Genial. Jetzt gehen wir erstmal die NPCs besuchen. Hallo? Ha! Ein Schmied! Ein Schmied! Toll. Übertrieben. Bieg mal bessere Sachen an, du Bauer, Alter. Ist hier noch wer drin? Ah, das ist ein Typ. 12-Gug-Fisch für ein Smaragd. Ja, legt mich doch eine Wüste. Da ist auch noch einer drin. Hallo! Du da! Lass mich rein! Hallo! Ein Emerald gegen vier Brote. Ja, das ist doch schon mal gut. Da ist auch noch einer. Na, jetzt! Rede mit mir! Rede mit mir! 28 Papier gegen einen Emerald. Ja, toll. Ach, wie viel Papier habe ich nicht. Zumindest nicht. Was bauen die denn hier an? Was ist denn das? Was ist das? Potatoes! Ich hab Potatoes! Gleich alle klauen! Scheiß auf die! Ich hab Potatoes! Ich hab Potatoes! Geil! Ich hab Kartoffeln gefunden! So, und jetzt gucken wir hier mal rein. Ah, interessant, interessant. Jetzt gehen wir hier mal runter. Zack, zack, zack. Hallo, hallo. Ich sehe, wer? Hallo, hallo! Äh, was? Hä? Keine Secret-Gänge! Kein Nichts! Aber hier ist was drin. Nee, da traue ich mich nicht. Da bin ich schon. Oh, die Wolle liegt. Sie ist die nicht jetzt noch klicken. Wusstest. Ich wusste es. Ich frage es, wir müssen da irgendwie runter. Frage es, wie kommen wir da runter? Nicht. Und die, nein, 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 ich habe keine Lust, dass du irgendwie stirbst oder so. Toll, das haben wir ein ultimatives geiles NPC-Dorf gefunden, haben den Potatoes geklaut, hat wenigstens der Weg sich ein bisschen gelohnt. Und, was machen die denn da? Family-Treff oder was? So ein Schmied, der kann manchmal so Diamant-Sachen und so anbieten, das ist richtig geil. Und hier ist auch noch ein schöner Brunnen. Schön haben sie es hier. Trotzdem laufe ich weg. Äh. Habe ich den erstmal Potatoes geklaut, ja. Hat sich der Weg ja wenigstens wegen so ein paar Kartoffeln gelohnt. Die Frage ist, es gibt ja jetzt auch Karotten. Ähm. Woher kriegt man die? China, keine Ahnung, keine Ahnung. Und es regnet und der Regen ist richtig laut, richtig übertrieben laut, gerade. Eine Wüste, eine Wüste. Bitte lass es eine gute Wüste sein. Bitte, 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 bitte. Oh ja, das ist auf jeden Fall eine Wüste. Oh, komm schon. Bitte, 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 bitte. Eine Wüste, eine Wüste. Los. Irgendwo muss es dir doch was geben. Irgendwo. Liebe Wüste. Gäbe's mir. Gebt mir ein NPC-Dorf, der Kast, das Karotten oder so hat. Oder eine Schlupf oder ein... Irgendwas. Ja, das kommt mir doch bekannt vor. Das kann nicht sein. Dann müssten wir ja schon fast zu Hause sein. Ne, das wäre ja unlogisch. Das kann ich sagen, ne. Das geht nicht. Is not possible. Ein Creeper? Okay, da oben, da muss ich doch Ausblick haben. Und hoch, 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 und hoch. NPC-Dorf, 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 los. Wir stehen auf der Top der World. Wir werden sterben... schwarze nara glaubt man mein kopf ist ein wenig verpackt oh yeah soll ich wenn das wollt kann ich das machen dass ich die map jedes mal nach einer aufnahme session hochlade nach jeder folge aber nach jeder aufnahme kann ich sie speichern safen und irgendwo hochladen und ihr könnt euch die downloaden das wäre doch cool war könnt ihr mal auf meiner welt ein bisschen zocken bisschen unfußbauen oder meine ganzen bauten sachen später zerstören vernichten neue sachen bauen keine ahnung mir mal ein video zu schicken wie die welt bei euch aussieht oder keine ahnung kripp ha ha gut da ist noch ein zombie ja der ist gut hier ist auch noch ein zombie ja schneegebiet da können wir uns schnee holen direkt machen ja eine schaufel bei uns werden wir uns jetzt erstmal direkt schnell ja ja aber nur musik muss ich mich einfach hin die musik leer ein die 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 Stirb Zombie It's time for Die Die Hundi du machst den anderen Ich mach diesen Skelett Dieses blöde Skelett Stirb Zombie Stirb Auf die ganzen Monster hier Ich schlag den und du machst den kaputt Verprügeln auf den Creeper hier Denn der ist ganz böse Du tötest keine Creeper Du blödes Scheißhundi Stirb Scheiße mein Schwerd ist kaputt gegangen Stirb 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 Oh yeah die Musik lädt sowas von ein Alter die ganze Zeit Monster zu töten Stirb Stirb Enderman Komm her und porte dich zu mir Ich werd dich töten und du kannst nichts dafür Bist du hin du blöder Sack du Scheißkelett greck mich an Los Hundi Ich bring dich um du Wichse Komm her Guck mich nicht so blöde an Ich geh in mein Adventure und hol mir rotten Fleisch Denn mein Hund ist voll am sterben Du dreckige Pussy Komm her Ich töte dich Was machst du denn für Scheißgeräusche Komm her Stirb Was willst du Hundi töte ihn Töte ihn Töte ihn Töte ihn Hundi nein Nein Scheiße 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 Stierb Ich muss finden mein Hund ist gestorben Rest in peace my dog Nobody can do this! I can dream! Wir war Gespräch, genau! Mein Hund ist gestorben! Mann, oh! Scheiß Enderman! Du bist leer! Das ist mir alles versaut! Wow, wow, wow! Siehst du das? Siehst du das? Schnee! Cool! Oh, genau! Jetzt grabbel ich mir Schnee ab! Schnee, 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 Schnee! Ich komme hier sowieso nie wieder hin, also kann ich hier auch die ganze Welt gerade mal kaputt machen. Ach, mein Inventar ist voll! Wie? Jetzt muss irgendwas raus! Irgendwas Unnütz! Also die Schaufel möchte ich gerne noch kaputt machen! Hier so ein Eck kann raus! Und Sand kann raus! Wir können überall Schnee! Schnee, 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 Schnee! Schnee, 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 Schnee! Schnee, 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 Schnee! Komm ich sowieso nie wieder hin, hier! 5 Schnee, jetzt noch den Rest hier machen! 15, ein Schnee noch! So, jetzt haben wir noch einen Schnee! Juhu! Stehe! Ah genau, wir können ja so machen! Wir können ja ganz viel Schnee sammeln! Haha! Guckt euch das mal an! Dann sammeln wir jetzt mal ein bisschen Schnee! Bis die Schaufelkotus zumindest! Und die machen wir auch noch Schrotte! So, warum so geizen! Immer her damit! So, jetzt machen wir wieder ein bisschen Schnee hier! Ja, in der Perle möchte ich gerne behalten! Schon 32 Schnee! Können wir vielleicht irgendwas bauen! So ein Iglo oder so! Das wäre geil! Ein riesiger Iglo! Krass! Es müsste eigentlich so ein Mod geben! Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es den sogar! Wo sich so die Biome ändern! Also das heißt so richtig Herbst, Winter, Sommer, Frühling und so! Das wäre cool! Oops! Wuuuhu! Schnee! Sooo... Jetzt haben wir schon 48 Schnee! Und schau mal wie viel Schnee hier noch ist! ộiwuh! Seht ihr das? Seht ihr das? Der schöne viele Schnee! Håh! Mhh!! So... Jetzt haben wir 64 Schnee! Das sollte auch glaube ich, reichen! Kür und Schweine Tung! gebiet und wo wir jetzt schon alles waren wir haben richtige weltreise gemacht ist auch mal was anderes einfach nur so rumlaufen irgendwelche materialien sammeln npcs beklauen ultimative schlacht machen und dann übel dran verkacken halb aber noch haben wir noch genug brot zehn brot hat das bisher und zukunft kommt mal der schaufel bei sich sie denn hin die schaufel ich hoffe ist weg das ist das denn was ist das denn